Es ist Mittwoch, der 24. Januar und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu dem Unternehmen TerraLabs, das Insolvenz vermeldet und Infos über knappe Milliardenverluste bei Grayscale. Ihr erfahrt von der vergangenen SEC-Falschmeldung und warum die ETH Foundation massiv ETH Token tradet. Und neben unserem täglichen Blick auf CoinMarketCap und den aktuellen NFT-Charts schauen wir auf die erfolgreiche Genesis-Cat-Auktion bei Sotheby's und den Beginn der Non-Fungible DAO, die eine Revolution im NFC-Sektor starten möchte. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Einen wunderschönen Mittwochmorgen, meine liebe Podcast-Community. Es ist schon wieder Halbzeit und wir haben wieder viel gesehen. Allen voran einen negativen Crypto-Chart, auf den wir natürlich gleich kommen, aber auch im NFT-Bereich mit der NFT- bzw. Non-Fungible DAO eine möglicherweise Revolution im NFT-Space mit einem möglichen neuen Marktplatzanführer Magic Eden. Mehr dazu gleich, wir starten in unserer Halbzeit in Mitte der Woche mit den heutigen Web 3. Kurz News. Terraform Labs, verantwortlich für den sogenannten algorithmischen Stablecoin-USD, hat am 21. Januar beim Insolvenzgericht in Delaware Konkurs angemeldet, mit Schulden bis zu 500 Millionen US-Dollar. Der Zusammenbruch von UST im Mai 2022, als er seine Bindungen an den US-Dollar verlor, führte zu einer Abwärtsspirale, die auch das Schwesterprojekt Terra Luna und den Stablecoin selbst betraf. Der CEO von Terra Labs, Duquan, floh nach dem Kollaps wie bekannt und wurde aber dann auch in Montenegro wegen Passfälschung festgenommen und wartet seitdem auf seine Auslieferung in die USA, wo er sich wegen Betrugs fair antworten muss. Seit Februar des Vorjahres ermittelt die US-Börsenaufsicht gegen Terraform Labs und Duquan. Die Ethereum Foundation hat 700 Eats im Wert von 1,6 Millionen US-Dollar zu einem Kurs von 2.400 US-Dollar Verkauf wie On-Chain-Daten von Arkem Intelligence zeigen. Dieser Verkauf ist Teil der regelmäßigen Praxis der Organisation, die für die Entwicklung der Ethereum-Blockchain zuständig ist, um dementsprechend Mittel für Forschung und Entwicklung zu generieren. In der Vergangenheit fanden solche Verkäufe oft in der Nähe lokaler Kursspitzen statt, was manchmal zu Kursrückgängen dementsprechend dann führen kann. Der aktuelle Verkauf ist jedoch im Vergleich zu früheren Transaktionen relativ klein, denn beispielsweise verkauft die Foundation im Mai 2021 35.000 Ethereum, was zu einem Kursrückgang damals von 25% zur Folge hatte. Am 22. Januar erlebten die Bitcoin-Spot-ETFs laut Blume-Analyst James Seifert einen Rückschlag, wobei auch aus dem Grayscale Bit2End Trust hier dementsprechend an einem Handelstag alleine rund 640 Millionen US-Dollar abflossen. Der Gesamtabfluss aus dem Grayscale Bitcoin-Fonds war dementsprechend hier 3,4 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser massiven Abflüsse waren die Bitcoin-ETFs insgesamt aber erfolgreich, bereits nach drei Handelstagen erreichte das Gesamtvolumen der Bitcoin-ETFs 10 Milliarden US-Dollar, eine Summe, die Bloomberg-Analyst Eric Balchunar als wahnsinnig bezeichnet. Im Vergleich dazu erreichte die im Vorjahr aufgelegten 500 ETFs zusammen ein Volumen von 450 Millionen US-Dollar. Aber ob der Abverkauf weitergeht, ist dementsprechend ungewiss. Bitcoin-Kritiker Peter Schiff äußert sich nämlich dementsprechend auch skeptisch und meint, dass sich alle Bitcoin-ETFs derzeit in einem Bärenmarkt befinden. Die US-Börsenaufsicht SEC bestätigte kürzlich, dass sie ja Opfer einer SIM-Swap-Attacke wurde, nachdem am 9. Januar eine Falschmeldung über die Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs von dem X-Konto verbreitet wurden. Jetzt ist klar, dass die Attacke erfolgte, indem der unbekannte Täter die Kontrolle über die mit der SEC verknüpften Handynummer erlangte. Wie der Täter an die SIM-Karten kam, bleibt aber stand jetzt unklar. Ein SEC-Mitarbeiter hatte sechs Monate vor dem Vorfall die Zwei-Faktor-Ortifizierung seines Twitter-Accounts deaktiviert, was den Zugriff zu dem SEC-Account erleichterte. Die erneute Einrichtung dieser Sicherheitsmaßnahme erfolgte dann auch erst wieder nach dem Angriff vom 9. Januar. Damit sind wir mit den ersten News für heute durch. Wir wechseln jetzt natürlich zu CoinMarketCap und dort werfen wir einen Blick auf die spannenden Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Fear und Greed Index zeigt, dass wir mittlerweile unter die 50 Punkte gekommen sind, 49. Das heißt, wir sind ja mehr als nur neutral. Die größte Nachfrage hatten wir gestern beim Manta Network Token, also beim Manta, Solana und Bitcoin auf Platz 3. Wenn wir uns aber dann den Bitcoin-Chart und allgemein Krypto anschauen, dann war es auch gestern wieder kein guter Tag für die Geschichte. Minus 3% beim Bitcoin, der Kurs bei 36.000 Euro und damit über 10% im Minus alleine in den letzten 7 Tagen. Bei Ethereum sieht das Ganze noch schlechter aus. 2.000,50 Euro und nicht 2.500, sondern 2.050 Euro der Kurs. Allein gestern wieder 6,5% im Minus 15% in den letzten 7 Tagen. In den Top 10 geht es auch nur so weiter. BNB, Solana minus 3% und auch außerhalb der Top 10 innerhalb der Top 50 wertvollsten Kryptowährungen. Der Chart nur rot. OKB gestern erneut minus 10% der Kurs bei 44 Euro. Genauso schlimm habt es den OP Optimism Token getroffen. Auch hier 10%. Gestern minus die letzten 7 Tage. 25% an Kurs verloren. Der Kurs bei 2,50 Euro. Innerhalb der Top 50 fallen auch der Kronos, der Crow Token auf. Minus 7% und die einzige, beziehungsweise der einzige Token, der gestern hier einen positiven Chart aufweisen konnte, wenn auch nur leicht, war der Zay Token hier mit einem Plus von 2%. Und außerhalb der Top 50 schauen wir uns noch die 51, den Sui Token an mit einem Plus von 6% bei 1,08 Euro. Dotiert dieser Kurs aktuell. Damit sind wir natürlich gespannt, wie wir zur zweiten Wochenhälfte kommen. Dazu natürlich dann morgen mehr. Ja, wir kommen zur nächsten Kategorie und damit kommen wir zu unseren NFT News. Diese Woche wurde die Non-Fungible DAO gegründet. Eine dezentrale Organisation, die von der Gemeinschaft betrieben wird und darauf abzielt, die NFT-Branche zu revolutionieren. Die DAO, die auf den Prinzipien von Web3 basiert, hat sich zum Ziel gesetzt, die Nutzung und Entwicklung von Open-Source-Protokollen zu unterstützen, die dann für den NFT-Handel wichtig sind. Ein wesentlicher Schritt ist die Zusammenarbeit mit Magic Eden, die ihre Verträge als Open-Source dementsprechend bereitstellen und sie auf verschiedene Blockchains wie Solana, Bitcoin, Ethereum und Polygon, also Blockchain-übergreifend verfügbar machen. Die DAO verwendet ein Governance-Modell, bei dem Inhaber von dem zukünftigen NFT-Token Stimmrecht erhalten, die es ihnen ermöglichen, Einfluss auf die Entwicklung des Protokolls und die Verwendung der Ressourcen im Ökosystem zu nehmen. Dieser Ansatz soll sicherstellen, dass das Ganze natürlich dezentral ist und dass sich die DAO entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen der Gemeinschaft entwickelt. Ein bedeutender Anteil, eben gesagt der NFT-Token, wird der Gemeinschaft und den Nutzern der Protokolle dementsprechend insbesondere denen von Magic Eden zugesprochen. Mitglieder können diesen Token wohl dann verdienen, indem sie die Protokolle aktiv nutzen. Genaue Details zu dem NFT-Token, zu den Community-Belohnungen und natürlich auch zur Governance sind jetzt noch nicht bekannt, weshalb Interessente hier aufgefordert werden, dem neuen offiziellen Twitter-Account Non-Fungible DAO zu folgen, um aktuelle Informationen zu halten. Stand jetzt kann ich euch mitteilen, wie gesagt, dass erwartet wird, dass die Nutzer auf Magic Eden so hier gehandelt wird, die NFT-Token ausgeschüttet werden und hier erhalten. Links dazu, wie immer, in den Shownotes. Das digitale NFT-Kunstwerk, die Genesis Cats, das auf dem Ordinance-Protokoll der Bitcoin-Blockchain erstellt wurde, erzielte bei der bekannten Auktion von Sunbees jetzt letztendlich über 250.000 US-Dollar. Der Künstler und hier dementsprechend Francesco Alacom schuf dieses Werk als Teil der Quantum-Cat-Sammlung natürlich von den Token Wizards. Ursprünglich wurde das Ganze geschätzt zwischen 15.000 und 20.000 US-Dollar, aber jetzt ist alleine das One-of-One-Stück für 254.000 US-Dollar verkauft worden. Die Genesis Cat ist dementsprechend ein One-of-One und wird hier besonders hervorgehoben aus dieser Kollektion und hat einen einzigartigen Platz dementsprechend in der Bitcoin-Ordinance-Welt. Die Sammlung insgesamt besteht aus 3.333 digitalen Katzen, kombiniert aus hier Elementen wie Retro-Skills, kosmische Bilder und natürlich auch Bitcoin-Mythologie, um Innovation und Kreativität im Bitcoin-Ökosystem zu fördern. Und das spiegelt sich natürlich auch der Entwicklung der Natur des Bitcoin-Ordinance-Protokoll aus. Der jetzt anlaufende Mindstart der gesamten Kollektion dürfte natürlich mit diesem High-Sell natürlich die nächste Halbstufe erreichen. Damit sind wir mit den NFT-News natürlich auch so weit durch und blicken mit Spannung natürlich auf den aktuellen NFT-Chart. Ein Blick auf die NFT-Charts im Bereich Blockchains. Das Handelstum in den letzten 24 Stunden zeigt, dass trotz des Ordinance-Verkaufs Ethereum weiter auf Platz 1 ist. Handelstum gestern 12 Millionen, 12,8 Millionen US-Dollar in den letzten 24 Stunden im Bereich der NFTs auf der Ethereum-Chain. Solana mit 8,6 dahinter und Bitcoin-Ordinance 6,2 Millionen. Allesamt aber auch hier im Minus genauso wie Platz 4 Polygon. Minus 20 Prozent, 2 Millionen und hier einzig im Plus 5 Prozent bzw. 25 Prozent auf Platz 5 Avalanche. Handelstum 1,5 Millionen. Wir blicken uns dementsprechend einmal auf Magic Eden um dem NFT-Marktplatz, von dem wir ja gerade gesprochen haben mit den Ex-Rand-News, der Non-Fungible-DAO und auch das Projekt RYSEC-Meta-Protokoll hat hier erneut einen weiteren Anstieg gefunden mit 0,026 Bitcoin. Dementsprechend ein Plus von fast 50 Prozent, 1.000 US-Dollar jetzt wert. Die Node-Monkeys unverändert 0,178. Dann blicken wir auf die Bitcoin-Puppets unverändert 0,028 Bitcoin, beziehungsweise die Bitcoin-Pizza-Ninjas mit einem Floor von 0,054 aktuell gelistet, während die Bitcoin-Frogs weiter abnehmen mit einem Floor von 0,147. Wir blicken natürlich dann auf die großen Ethereum-Collections und dazu auf dem Marktplatz Blur, der möglicherweise seine Marktherrschaft bald verlieren dürfte, wenn Magic Eden so weitermacht. Aber ich denke Pac-Man, also der Gründer von Blast und natürlich auch Blur, wird sich hier natürlich wieder einiges überlegen, dass es dazu nicht kommen wird. Ein Blick dementsprechend auf Blur und das größte Handelslumen im Bereich der NFT-Collections, im Bereich Ethereum, zeigt uns Azuki 7,34 ETH, der Floor, ein Handelslumen von über 2.370 Ethereum, dahinter gefolgt die Pachi-Penguins, abgenommen vom Volumen 1.540 und auch vierstellig der Mutant-Ape-Jagd-Club mit 1.410 Ethereum, gestern ein Handelslumen, die Pachis mit einem Floor von 17,8 gelistet, der Mutant-Ape-Jagd-Club 4,5, also bei diesen drei Projekten groß, keine Veränderung, auch beim Bord-Ape-Jagd-Club, der dahinter folgt mit 25,6, keine große Veränderung beim Floor. Wir blicken aber auf die größten Gewinner und da fällt Pachi-MyLady auf mit einem Plus von 288% und jetzt haltet euch fest, in den letzten sieben Tagen ist das Projekt um 6.914% gestiegen, der Floor bei 0,04. Wir kommen zu den etwas bekannteren Projekten, wir sehen die Crypto-Toads mit gestern einem Anstieg von 25%, der Floor bei 1,05, lang nicht mehr gesehen, die 1i ist vorne bei den Cryptoads, dementsprechend hier auf jeden Fall erstmal gut News bei diesem Projekt. Auch Oti mit einem Verlust von 82%, immer noch der letzten sieben Tage gestern um 16% wieder gestiegen, 0,32, hier auch die Duplikatoren erneut im Aufwind, 0,14, letzten sieben Tage dementsprechend 57%. World of Women auch leicht wieder am steigen, 1,13 ist der Floor mittlerweile, gestern waren das dementsprechend 11%, die Coolcats erneut auch mit 8% im Plus, genau wie Nakamigos 6% und On-Shame Monkeys dementsprechend auch 11% wieder im Plus in den letzten 24 Stunden. Wir haben natürlich auch wieder Verlierer gestern gesehen und hier fallen weiter die Checks, wie wir das schon auf, in den letzten sieben Tagen 10%, gestern waren es 8% alleine, möglicherweise schon wieder eine Idee, um hier für den nächsten Hype-Cyklist der Checks die eine oder andere Idee hier mitzunehmen. Sugar Town Auras auch weiter im Abwärtsstrudel, 0,29 der Floor hier aktuell, gestern waren es dementsprechend wieder 7% im Minus, genauso wie Yoga Pads mit einem Minus von 6% und einem Floor von 0,52 und auch die Other Side Coders gehen Richtung 3,5 ETH im Floor, gestern waren es hier 5% im Minus. Wir blicken damit nochmal kurz abschließend natürlich auf die verschiedenen NFT-Projekte im Bereich Solana, welche Projekte haben hier bestimmt natürlich die Crypto Undeads, die aber nicht das Handelsluben angeführt haben, sondern das waren die Froganas mit einem Floor von 6,25, leichter Anstieg, genauso wie das Magic Ticket, natürlich mit den großen News hier zu Magic Eden, da hoffen sich jetzt alle Anleger, dass alles was mit Magic Eden jetzt zu tun hat, natürlich Bonus für den zukünftigen NFT-Token gibt. Die Crypto Undeads mit einem Floor von 1,5 Solana hier gesunken, jetzt auf 11 gelistet, auch die Matlabs um 10 Solana gestern verloren, 157 Solana, damit 50 Solana unterm All-Time-High und auch die Tensorians dementsprechend weiter Abwärtstrend bei 70 Solana, der aktuelle Floor. Damit sind wir mit der heutigen Folge so weit durch. Ich wünsche euch damit eine schöne Halbzeit, einen schönen, schönen, schönen Tag in diesem Mittwoch. Wir hören uns morgen wieder mit diesem Podcast-Format und dann natürlich auch im Laufe des Tages mit der nächsten Expressen-News-Folge, wenn es heißt All-In NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken und der Ideen sind. Untertitelung des ZDF, 2020